So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia und ich weiß jetzt ungefähr was wir machen müssen wir haben wohl in der Wascherei was vergessen einen Kleiderbügel genau und dann schauen wir uns mal an würde ich machen, ja so, damit gehen wir jetzt zu den Zimmern so, da unten hin und damit können wir jetzt nämlich dem Pelikan endlich das Maul stopfen so, du hast jetzt Pause Schiefvogel das kommt davon, dumm Schnabel so, weiter habe ich auch ich habe noch ein bisschen weiter gelesen also ich weiß jetzt ungefähr noch was ich noch eine kurze Zeit lang machen soll, wir haben einen Fisch der sieht noch ganz manierlich aus und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen das hoffen wir mal, Fischmesser mal gucken ob ich ihn lecker zubereiten kann der bestand ja komplett aus Faulgasen jetzt sind nur noch die Schuppen übrig okay haben wir die Schuppen Schuppen? Schuppen Shampoo? das würde ich noch nein, das ist kein Schuppen Problem so, dann müssen wir zu dem Seher weil, wie gesagt, ein bisschen habe ich jetzt gelesen aber noch nicht allzu weit Schuppen in der Kapuze eines Kahlgruppens genial wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe würde ich mir noch heute einen Antrag machen genau so, dann springen wir mit dem Seher ja, das ist eine Sache die dir offenbar sehr leicht hängt ach komm schon gib schon die Kutte her ach komm schon gib schon die Kutte her nein diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt die Willens sind sich reinzuwaschen von oh, erspar mir das ich bin schon raus ich habe es anders gesehen was treibst du da noch gleich was treibst du da noch gleich ich mache mich fertig für meine große Ansprache die Welt geht ja nicht alle Tage unter da will ich gut aussehen ich finde, du siehst gut genug aus ich finde, du siehst gut genug aus meinst du? hmm vielleicht hast du recht ich Igitt was ist das denn? ich habe Schuppen das ist eine Katastrophe und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetaucht steh da nicht so rum tu was wir haben doch was gegen Schuppen Shampoo ein Shampoo meine Rettung raus mit dir ich muss duschen okay dann gehen wir mal raus und wir wissen was passiert wir stören noch nicht das Gespenst scheint mir so ein bisschen ein Voyeur zu sein aber na gut wir haben das Seine ist ein freies Land jetzt sind wir hier oben auf dem Balkon zum Zimmer des Seers crazy Typ wir können das Tarantelglas nehmen bescheuerter Name ich hoffe er hat nichts mit ich wollte es eigentlich mitnehmen nicht anschauen so was haben wir denn hier Mr. Toffee im Glas Mr. Toffee bescheuerter ich hoffe er hat okay so vielleicht weg so ein Korken könnte ich gut gebrauchen und du bleibst schön brav da drin Mr. Toffee okay Mr. Toffee wo ist er denn weg ich fürchte wir wir haben Mr. Toffee verloren aber wir können jetzt weg hier und hier oben haben wir doch noch etwas ein Leck so passen mal auf Leck da stecken wir mal den Korken rein Flump äh was haben wir denn für einen Achievement gerade bekomme ich okay Steam Overlay spackt gerade irgendwie rum egal äh Gespenst ansprechen das Gespenst ansoll okay das äh Gespenst hat seinen Spaß ähm jetzt können wir raus hier runter und mal die Spülung betätigen weil jetzt leckt das da oben nicht mehr und ich glaube was ist denn da los eine Jungfrau in Nö haha genau was soll ich meinen also äh Augenblick mal das ist ein Klostein also wer wirft denn sowas cooles in eine Kloschüssel ich verstehe das auch nicht du hast jetzt trotzdem das Klo ah und da haben wir etwas blaues warum warum hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe bitte das Auge ist ja mit vielleicht ist ja jetzt die Pastete fertig wir gehen jetzt mal zu Bozo und geben dem mal eine Pastete würde ich sagen was hast du da etwas zu essen was denn sonst eine Pastete wow das ist ja wirklich nett von dir dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so Tee lecker im Gegenteil mir ist auf einmal so krank? so und seine Sachen haben wir ja schon geholt und da sind wir schon mal ein Stück weiter gekommen ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt zieh dich jetzt bitte wieder an du hast wohl recht danke Rufus du bist eben doch ein guter Freund sag ich doch hier hast du mein Handtuch das war ja cool Special Effects War das nicht krass vorhin? War das nicht krass vorhin? Geht so Oh je Du bist unglücklich nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen Komm schon Nun lach doch mal wieder Komm schon Nun lach doch mal wieder Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt Ist doch kein Weltuntergang Die Welt geht unter Nicht vor morgen früh Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht Mecker mecker Motz motz Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin Toni Oder mein Ex-bester Freund Wenzel Oder jeder andere Der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat Und Das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken Ha Um mich zum Nachdenken zu bringen muss schon deutlich mehr passieren Ja Das war auch mein Eindruck Gliedes steigt hier rum Gliedes steigt hier rum Er hat das Zimmer nebenan bezogen Wahrscheinlich sucht er Goal Oh je Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ha Ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung Der menschlichen Tarnkappe Leise Treti Leise Tretto Dem heftigen Leise Tritt In die Kronjuwelen Das Unrechts Hey Ist da drüben bald mal Ruhe? Na ihr wisst schon Du Rufus Vielleicht ist es doch besser Wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst Unsinn Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings Und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen Aber Pst Ihr wollt doch nicht Dass Gliedes euch hört Oder? Sorry Ich muss hier weg Nimm's nicht persönlich Es ist einfach nur Dein abscheuliches Aussehen Meine Augen sind schon ganz vereitert Gliedes ist einfach Ach Quatsch Gliedes sag ich schon Rufus ist einfach nett Er ist einfach Ein freundlicher Freundlicher Zeitgenosse So in das Zimmer Können wir das Sehers mal gucken? Oh Coole Frisur alter Kann ich nochmal stören? Ja Das ist eine Sache Die dir offenbar Sehr leicht fällt Äh Komm schon Gib schon die Kutte her Nein Diese Kutten Sind nur für Menschen Bestimmt Oh Okay Ich bin schon Okay Ich habe Äh Pfff Was dre Ich mach die Welt Geh Ich find Meinst Hm Nein Irgendetwas Stimmt da noch nicht Vielleicht sollte ich mir Doch nochmal Die Augenbrauen zupfen Können wir ihm das Das Handtuch geben Handtuch Ich habe dreckige Wäsche zu waschen Das haben Aber deine Sekte blockiert die Geduld Das Ritual Das Ritual dauert nicht mehr lang Wie lange er es nicht vermisst Ist es auch kein Diebstein Hat Ja Ja Da hat er recht Okay Hm Tja was können wir denn jetzt noch machen Ich weiß es gar nicht Ähm Unten ist nichts mehr Der hat eine Maussperre Ist auch schön Okay da passiert nichts Zur Wäscherei Ähm Ich müsste Oh Verdammt Okay Darauf sind schon Wollen wir doch mal Hoffen dass Ich hoffe auch Dass das Tarnpasta Verlecken sind Ähm Ich muss sagen Wir machen ja mal ein Folgen Ende Ich habe nämlich keinen Plan Wie lange die Folge ist Weil ich mir keinen Countdown Gestellt habe Aber Ist doch alles nicht so schlimm Kommt in den besten Äh Deponia Teilen vor Ihr wisst schon Bescheid Äh Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Macht's gut auf Wiedersehen Und äh Ciao Ciao